Pech für Geburtsjahrgang 1964, Renteneintrittsalter ab diesem Geburtsjahrgang wird oder ist dann deutlich angehoben. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, viele Menschen stellen sich ja die Frage, wann kann ich in Renty gehen? Wie sieht es jetzt eigentlich aus, wenn ich zum Beispiel vor 1964 geboren bin oder wie sieht es aus, wenn ich nach 1964 geboren bin? Und ich hatte ja die Fragestellung oder die Überschrift war ja Pech für den Geburtsjahrgang 1964. Das Renteneintrittsalter erhöht sich dann deutlich und so sieht es dann auch tatsächlich aus, meine Damen und Herren. Und wir gucken einfach mal in das Gesetz hinein. Ich habe das schon mal aufgemacht für Sie und mache das auch ein bisschen größer, dass Sie das sehen. Und zwar haben wir in dem SGB VI, ja hier sehen wir das mal, das ist die Inhaltsübersicht. Und dort haben wir Leistungen und Rentenarten, unter anderem dann Renten wegen Alters ab dem Paragrafen 35 bis zum, für uns interessant, Paragrafen 38. Und wir steigen schon mal in die Regelaltersrente ein und dort steht ganz klar drin, die Regelaltersrente bekommt man nur, wer die Regelaltersgrenze, das Lebensalter der Regelaltersgrenze erreicht hat. Und das ist dann die Vollendung des 67. Lebensjahrs. Und er muss natürlich die allgemeine Wartezeit erfüllt haben. Diese Regelung, Paragraf 35, bezieht sich grundsätzlich auf die Geburtsjahrgänge ab dem 1. Januar 1964. Für die Geburtsjahrgänge davor gibt es eine andere Regelung, das zeige ich Ihnen auch nochmal. Und zwar eine Übergangsregelung, das ist der Paragraf 235, ja, also hier haben wir das nochmal drin stehen für die Regelaltersgrenze. Und dort steht, Versicherte, die vor dem 1. Januar 1964 geboren sind, haben Anspruch auf die Regelaltersrente, wenn sie die allgemeine Wartezeit erfüllt haben und wenn sie ein bestimmtes Lebensalter erreicht haben. Und das Lebensalter ist hier definiert. Also wer zum Beispiel im Jahr 1962 geboren wurde, der kann mit 66 Jahren und 8 Kalendermonate in die Regelaltersrente gehen, also mit Vollendung dieses Geburtsjahrgangs. Und deshalb müssen Sie sich bitte merken, alle Geburtsjahrgänge vor 1964 werden hier in diesen Übergangsregelungen im SGB VI sozusagen übergangsweise noch anders eingruppiert. Jetzt gehen wir einfach mal nach vorne wieder und schauen uns das mal an, was mit dem Geburtsjahrgang 1964 los ist, also die, die ab da geboren sind mit der Altersrente für langjährig Versicherte. Das ist die Altersrente mit den 35 Jahren Wartezeit und da sagt man, Anspruch auf die Altersrente für langjährig Versicherte hat man, wenn man das 67. Lebensjahr vollendet hat und die Wartezeit von 35 Jahren erfüllt sind. Eine vorzeitige Inanspruchnahme dieser Altersrente ist erst nach Vollendung des 63. Lebensjahres möglich. Und hier steht ganz klar drin, ja, in dieser Vorschrift, dass man abschlagsfrei diese Rente mit 67, also mit Vollendung des 67. Lebensjahres erst mal bekommen kann. Wer die aber schon ab der Vollendung des 63. Lebensjahres in Anspruch nimmt, wird dann die Höchststrafe 14,4% Abschlag bekommen. So steht es im Gesetz, ja. Und das ähnliche Pendant ist dann, wenn wir hier wieder hinterschauen, in dem Paragraphen 236, dann gibt es dann wieder diese Tabellenwerte, wo die Renteneintrittsalter, die Lebensalter hier jährlich ansteigen. Zum Beispiel, wer 1960 geboren wurde, der kann dann Übergangs, also bis oder Abvollendung des 66. Lebensjahres um vier Kalendermonate abschlagsfrei diese Rente bekommen. Wer mit 63 in Rente geht, der bekommt dann einen Abschlag und der Abschlag berechnet sich vom 63. Lebensjahr an bis zur Vollendung des 66. Lebensjahres um vier Kalendermonate. Also auch hier sehr, sehr hohe Abschlagswerte und das geht dann bis zum Geburtsjahrgang 1963. Dort können Sie mit 66 Jahren und zehn Kalendermonate erstmals abschlagsfrei in die Altersrente für langjährig Versicherte gehen. So, jetzt schauen wir uns den ganzen Spaß mal noch für die Altersrente für schwerbehinderte Menschen an. Ja, da gehen wir auch wieder hier vor. Das sind die Allgemeinregelungen für die Altersrente. Und da schauen wir uns das mal an. Paragraph 37. Und in Paragraph 37 steht ganz klar drinne, wer das 65. Lebensjahr vollendet hat, bei Beginn der Rente als schwerbehinderter Mensch anerkannt ist und 35 Jahre Wartezeit erfüllt hat oder erreicht hat, der kann abschlagsfrei erstmals mit Erreichen des 65. Lebensjahres in Rente gehen. Diese Regelung, der Paragraph 37, betrifft grundsätzlich alle Menschen, die nach dem 31.12.1963 geboren wurden. Das heißt also, hier ist eine vorzeitige Inanspruchnahme der Altersrente erst mit Vollendung des 62. Lebensjahres möglich. Das heißt also, hier nicht 67 Jahre oder 65 Jahre, sondern erstmals mit 62 Jahren. Und Sie sehen, die Differenz 62 Jahre zum 65. Lebensjahr sind 36 Kalendermonate, macht pro Kalendermonat 0,3% Abschlag. Das heißt also, wer mit 62 Jahren vorzeitig in diese Altersrente geht, der bekommt dann 10,8% Abschlag. Und Sie merken sich bitte, diese Regelung, Paragraph 37, grundsätzlich für die Leute oder für die Menschen, die nach dem 31.12.1963 geboren wurden. Ansonsten gilt wiederum die Übergangsregelung im Paragraph 236a. Dort haben wir auch wieder Tabellenwerte und da steht dann zum Beispiel drin, wer 1961 geboren wurde, Der kann schon mit Vollendung des 61. Lebensjahres und 6 Kalendermonate, hier steht es, hier hinten steht es, 61. Lebensjahr und 6 Kalendermonate erstmals diese Altersrente in Anspruch nehmen. Dann kann er abschlagsfrei, könnte er abschlagsfrei mit 64 Jahren und 6 Kalendermonaten diese Rente auch erstmals in Anspruch nehmen. Und die Differenz dazwischen sind auch wieder immer die 36 Kalendermonate so, dass der Rentenabschlag bei einer Altersrente für schwerbehinderte Menschen nicht höher als 10,8% sein kann, was natürlich auch schon extrem hoch ist. So, meine Damen und Herren, das zu dieser Altersrente und dann zu meiner Lieblingsaltersrente, das ist die Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Und da sagt der Gesetzgeber, gucken wir uns mal den Paragrafen 38 an, in die Altersrente kann ich frühestens mit Vollendung des 65. Lebensjahres gehen, mit einer Wartezeit 45 Jahre und genau diese Regelung im Paragrafen 38 betrifft auch wiederum grundsätzlich nur die Geburtsjahrgänge, die ab 1964 geboren wurden. Das heißt also, wir haben auch hier wiederum für die Geburtsjahrgänge davor entsprechende Übergangsvorschriften, die finden wir dann im Paragrafen 200 und 36b. Und in Paragraf 236b, da steht dann drin, alle diejenigen, die vor dem ersten Januar 1964 geboren sind, haben frühestens Anspruch auf die Altersrente, wenn sie das 63. Lebensjahr verendet haben und die Wartezeit von 45 Jahren erfüllt haben. Absatz 2, Versicherte, die vor dem ersten Januar 1953 geboren sind, haben Anspruch auf diese Altersrente nach Vollendung des 63. Lebensjahres. Für Versicherte, die nach dem 31. Dezember 1952 geboren sind, wird die Altersgrenze von 63 wie folgt angehoben. Und dann hat man die Anhebung gemacht. Das ist praktisch diese Regelung, die wir zum 01.07.2014 haben. Und die läuft dann mit Vollendung des Geburtsjahrgangs 31.12.1963 aus. Und diese Leute können dann erstmals mit Vollendung des 64. Lebensjahres und 10 Kalendermonate in Rente gehen. Und wenn dieser Geburtsjahrgang ausgelaufen ist, meine Damen und Herren, dann gibt es diesen Paragrafen 236b für die Altersrente für besonders langjährig Versicherte nicht mehr. Zur Freude der Arbeitgeber wahrscheinlich. Und dann haben wir wieder die Regelung des Paragrafen 38 SGB VI, der dann sagt, alle Geburtsjahrgänge, die nach 1964 oder nach dem 31. Dezember 1964 geboren worden sind, können dann erst mit Vollendung des 65. Lebensjahres in diese Rente gehen. Meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein. Damit ist ganz klar, dass diejenigen Rentnerinnen und Rentner, die nach dem 31.12.1963 geboren worden sind, eine deutliche Erhöhung des Renteneintrittsalters hinnehmen müssen. Das hängt damit zusammen, dass im Jahr 2007 die Regelaltersgrenze, also da wurde jetzt beschlossen, das Gesetz, dass die Regelaltersgrenze von dem 65. Lebensjahr auf das 67. Lebensjahr ansteigt. Und das war natürlich verfassungsrechtlich nur möglich, indem man das stufenweise macht. Und die Regelung dieser Anpassung oder dieser Veränderung ist ja erst im Jahr 2012 in Kraft getreten. Also, meine Damen und Herren, hier haben Sie die entsprechenden Paragraphen gesehen und auch die Übergangsvorschriften im SGB VI. Und Sie haben jetzt Klarheit und wissen ganz genau, was Ihnen dann letzten Endes ab Geburtsjahrgang 1964 im Rentenrecht blüht. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.